So, letztes Spiel des heutigen Tages für uns hier in Wels, nämlich gegen Heimmannschaft ESC Hertha-Wels und zwar geht es um Platz 9. 10 Minuten Spielzeit. Tema! Hol mich hier! Haut rein! Bist du auf mich? Kommen! Hau dich! Hau dich! Alles kann er. Alter, warte jetzt lang. Zieh bei Kaltu. Bisschen mit dem Spitzel hier. Lauf mal halt. Geh mal! Geh mal! Geh mal! Hey, hey, hey! Das war... Schein, nein. Geh mal! Simon, 100 Euro! 100 Euro! 100 Euro! 100 Euro! Geh mal! Geh mal! Geh mal! Geh mal! Na, hallo! Na, hallo! Na, ich hätte ihn jetzt zu Deutsch schauen, gell? Na, jetzt pfeift er! Da ist ein Hausmord, wo man aufstaut. Da ist ein Hausmord. Was ist denn ein Hausmord? Das ist ein Hausmord. Das ist ein Hausmord. Oh! Oh! So close up. Poin-Tit. Gut! Das war's! Das war's! Oh, das war's! Gut! Gut! Links! Entmetten! Gut! 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 Es ist ein Bell! Sieh zurück! Jawohl, gut! Komm, voll dann! Hier geht es! Ah, fahrscheinlich ist es nett! Das ist gut. Und auf geht's! So, Fabian, auf geht's! So, das war's jetzt! So, wir hätten das vom ersten Spiel nicht so sein können! Wir hätten das im ersten Spiel nicht so sein können, dann wäre es gar anders gelaufen! Super! Lasst euch ruhig Zeit! Ach so! Die Zeit rennen wir weiter! Ja! Okay! Sortieren! Letzte Spiel und der kleinste Spiel war da, war möglich! Ja! Super, Felix! Gut, dass du da bist! Ja! Was geht denn, der Buben? Ja! 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 So, der Buben hat es! Super! 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 Vielen Dank für's Zuschauen.